Und wir gehen jetzt quasi von der Breite, das, was wir eben gehört haben, und von der Entwicklung, was wir eben gehört haben, jetzt in die harte, trockene Sachbearbeitung der Krankenversicherung im Leistungsbereich. Bevor wir auf das Thema künstliche Intelligenz kommen, wollen wir Ihnen einmal darstellen, woher wir eigentlich kommen und was ist überhaupt der Auftrag, mit dem Patrick und ich uns in unserem Team beschäftigen. Unser Ziel ist es, die maximale Automatisierungsquote bei uns zu erreichen, in der Leistungsprüfung von eingereichten Rechnungen. Und wir wollen dabei natürlich die höchstmögliche Effizienz erzielen und auch die Marktentwicklung im Auge behalten. Damit Sie verstehen, woher wir kommen, wir haben es eben gehört, wir kommen aus den ganz klassischen Kernsystementwicklungen, aus der Cobol-Entwicklung. Das ist das, wo wir bisher zu Hause waren. Wir haben im Jahr 2020 mit unserem Team angefangen, die Dunkelverarbeitung weiter voranzutreiben. Nur zum Hintergrund, bei der Signal Iduna gibt es die Automatisierung, die Dunkelverarbeitung schon seit jetzt über zehn Jahren. Und wir haben dieses Thema aufgenommen 2020. Wir waren damals bei einer Automatisierungsquote von 25 Prozent und sind mittlerweile jetzt Ende 2023 bei einer Automatisierungsquote von 50 Prozent eingekommen. Nur mal so vom absoluten Volumen. Mittlerweile verarbeiten wir automatisiert 12.000 Vorgänge pro Tag. Das teilt sich ein Stück weit auf, dass wir entweder komplette Vorgänge automatisiert verarbeiten oder nur Teile der Belege, die eingereicht werden. Sie müssen sich das vorstellen, sie reichen Post bei uns ein, sind mehr Rechnung drin. Alles das, was komplett verarbeitet wird, ist hier ein kompletter Vorgang. Und dann überall da, wo wir nur Teile verarbeiten, da ist es einer mit dem Split. Wir haben vor knapp zwei Jahren, wir denken zumindest das, was wir aus der Branche auch mitbekommen, damit begonnen, uns die Frage zu stellen, wie soll es eigentlich weitergehen? Wir haben das eben in dem Vortrag auch gehört, hinsichtlich der Kernsysteme. Wir harmonisieren eigentlich auch die technischen Entwicklungen mit dem, was wir bisher haben. Wir haben eine extrem herausfordernde Service-Situation. Auch dort wissen wir, dass es vielen in der Branche genauso geht wie uns aktuell. Wir haben ein hartes Problem in der Entwicklung, gerade in der Altenentwicklung, in der Koboldentwicklung. Wir haben Kopfmonopole und wir haben eine starre Entwicklung. Und das sind all diese Probleme, die wir angehen wollten, mit denen wir gestartet sind vor zwei Jahren. Wir wollten bewusst jemanden vom Markt mit einbeziehen. Wir wollten wissen, wie machen es andere, welche Technologien gibt es überhaupt, wie können wir überhaupt weiter vorankommen. Und wir waren sehr froh, dass wir dann die Zusammenarbeit mit der Firma Pentadoc gestartet haben, weil wir da aus unserer Sicht auch jemanden gefunden haben, wo auf Augenhöhe und wirklich auf unsere Bedürfnisse reagiert wurde. Und was wir da gemacht haben, da wird Patrick jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Lass uns mal tauschen. Sehr gerne. Ja, genau. Jetzt sind wir bei dem eben angesprochenen verstaubten Keller. Wir sind mit unserem KV-Leistungssystem auf dem Host unterwegs. Und genau deshalb haben wir die Unterstützung eben gesucht und auch geschaut, wie können wir unsere Automatisierung, die unseres Erachtens schon ziemlich gut ist mit 50 Prozent, aber auch noch weiterentwickeln. Denn wir haben da viele Herausforderungen, die Christian eben schon angesprochen hat. Und ja, was könnten Wege daraus sein? Von daher sind wir gestartet mit den Kollegen von der Firma Pentadoc zu schauen, wie könnte unser KV-Leistungsprozess in der Zukunft überhaupt aussehen? Und ehrlicherweise haben wir uns da so von Station zu Station gehangelt und mehrere Dinge durchlaufen. Als erstes haben wir uns die Kellerfrage gestellt und überlegt, ist das denn die Zukunft? Wollen wir das wirklich langfristig betreiben? Wir haben eine Hausentscheidung, dass wir sagen, okay, mittel- bis langfristig werden wir uns vom Host auch wegbewegen. Von daher war die erste Station, den Markt zu sondieren und mal zu gucken, welche Alternativen haben wir denn eigentlich. Ganz konkret haben wir uns klassische Player am Markt mit dem Thema Standardsoftware angeschaut und geguckt, was kann diese Software, wie könnte uns die helfen, welche Aspekte sind da inbegriffen, die wir heute vielleicht auf unserem System noch nicht haben. Alternativ dazu haben wir auch geschaut, was wäre, wenn wir uns selber damit auseinandersetzen. Können wir uns ein eigenes neues Leistungssystem selber bauen, und kreieren, das haben wir dem gegenübergestellt und bewertet, um zu gucken, was machbar ist. In unserem Prozess und unserer Journey, sage ich jetzt mal, war klar, dass wir zumindest kurzfristig nicht den Weg gehen werden, direkt den Keller zu verlassen und auf das Thema Standardsoftware direkt zu switchen. Von daher haben wir die Aspekte einfach aufgenommen, die wir da kennengelernt haben und uns darauf fokussiert, wie wir das Thema Automatisierung bei uns weiterentwickeln können und welche Möglichkeiten es da so gibt. Tatsächlich haben wir uns konkret mit Ansätzen beschäftigt, die es eben bei anderen Anbietern gibt. Ob das das Thema Clearingstelle ist, First Level Clearing haben wir es genannt. Also wirklich noch Schnittstellen zu schaffen, wo wir einfache Prüfungen, sage ich jetzt mal, vielleicht noch abnehmen können nach der Nacherfassung im Input Management zum Beispiel, dass wir dort vielleicht reingehen und noch ein bisschen Optimierung vornehmen, um am Ende dann automatisiert noch mehr zu verarbeiten. Und ich glaube, dafür sind wir ja alle hier. Klar ist auch, das Thema neue Technologien, da kommt man irgendwie nicht dran vorbei. Damit haben wir uns intensiv auseinandergesetzt und natürlich auch mit dem Thema KI. Und ganz konkret haben wir einfach geschaut, was gibt es für KI-Möglichkeiten für uns, zusätzlich zu unserer Host-Entwicklung, diesem riesigen Regelwerk, was wir da einfach haben. Wie können wir das ergänzen und auf die Automatisierung einzahlen? Gleichermaßen aber auch berücksichtigen, generative KI können wir auch eben unsere helle Bearbeitung, die vielen Mitarbeitenden unterstützen, indem wir da Hilfestellung geben. Da sind wir letztendlich eingestiegen und das ist erst mal so die blanke Theorie gewesen. Letztendlich mit dem KI-Team von Pentadoc sind wir mit dem Thema gestartet und haben überlegt, wie könnte da eine Lösung aussehen? Wir haben es die additive Dunkelverarbeitung genannt. Das bedeutet, ergänzend zu unserer Host-Entwicklung, wo wir heute nach dem Input-Management durch ein riesiges Regelwerk auf unserem Host-System laufen, schaffen wir es schon, eine Dunkelverarbeitung herzustellen. An vielen Stellen steigen wir aber auch einfach aus. Also die anderen 50 Prozent werden aufgrund einer Auffälligkeit, ein Prüfergebnis, was noch manuell geprüft werden muss oder eben ein Brief dazu geschrieben werden muss, wie auch immer ausgesteuert. Das haben wir heute und für die Zukunft haben wir uns überlegt, dass wir genau da nach der ersten Verarbeitung in unserem Kernsystem, wo keine Dunkelverarbeitung generiert werden konnte, einsteigen und eben den aktuellen Datensatz, den wir haben, übergeben an einen dezentralen Business Service, also einem KI-Modell, was uns die einzelnen Use Cases abprüfen kann und ergänzende Informationen liefert oder auch Ergebnisse einfach liefert und zurückgibt an unser Kernsystem. Das ist so die Idee, dass wir letztendlich hier Prüfergebnisse dann nochmal zurückspielen an das Kernsystem selbst und einen zweiten Anlauf der Dunkelverarbeitung vornehmen, so dass wir im besten Fall ein KI-Modell für einen gewissen Ausstiegsgrund haben, diesen Ausstiegsgrund hier lösen können und im zweiten Anlauf dann den Rechnungsbeleg dunkel verarbeiten. Sukzessive, je mehr KI-Business-Services wir für die einzelnen Use Cases haben, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch alle Auffälligkeiten irgendwie eliminieren können und den Vorgang dunkel verarbeiten. Das ist jetzt erstmal so die Theorie gewesen, was wir uns überlegt haben, wie wir eigentlich in unserer bestehenden Welt, ohne sie komplett zu verändern, ergänzend irgendwie Optimierung nutzen können und auch das Thema künstliche Intelligenz irgendwie einbinden können. Was bedeutet das ganz konkret? Wir haben ehrlicherweise ziemlich viele Ausstiegskunde, ich glaube über 200 oder 300 an der Zahl, warum wir einen Vorgang womöglich nicht dunkel verarbeiten können. Es gibt da eine Reihe. Ad hoc können wir sofort sagen, 22 Use Cases können wir mal aufschreiben und noch viele darüber hinaus, wenn wir noch näher in die Prüfung einsteigen. Inhaltlich würde ich hier gar nicht mal die einzelnen Sachen rausnehmen. Wir haben sie nur exemplarisch mal mit aufgeführt. Für uns war klar, wir haben ganz viele einfache Use Cases, also gar nicht mal das selbstfahrende Auto, was wir mit künstlicher Intelligenz lösen, sondern ganz, ganz simple Themen, die abgeprüft werden müssen, die aber ein Hindernis sind bei uns in dem Regelwerk. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt viele Ideen gehabt und gesagt, das muss doch möglich sein, weil gerade dann, wenn Autos schon von alleine fahren können, dann müssen wir diese simplen Themen auch lösen können bei uns. Das wollten wir beweisen. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht und gesagt, okay, wir müssen das ausprobieren. Wir müssen Prototypen bauen und einfach mal schauen, funktioniert das denn wirklich, was wir uns alles in der Theorie überlegt haben? In welcher Zeit klappt das eigentlich und welche Erkenntnisse ziehen wir daraus? Wir sind gestartet mit zwei Use Cases, zwei Prototypen. Der eine zahlt auf das Thema Automatisierung ein, Dunkelverarbeitung und der andere eben zum Thema generativer KI-Unterstützung für unsere Mitarbeitenden in der hellen Bearbeitung. In diesem Rahmen, also auch bei der Betrachtung der Use Cases hier, das Thema Hausarztmodell, war für uns auch wichtig der Blick und das könnte für uns auch eine Perspektive sein in Richtung Input Management. Ich glaube, das ist für viele auch einfach ein großes Thema. Wir erfassen wahnsinnig viele Daten ganz vorne im Input Management und wir haben uns die Frage gestellt, gerade für konkrete Use Cases, die wir haben, brauchen wir das schon ganz vorne, beziehungsweise wir haben einige Daten noch nicht und in einem bestimmten Use Case brauchen wir sie. Und genau da setzt es hier eigentlich an. Wir nennen es halt die anlassbezogene Fachdatenextraktion, dass wir also wirklich nur dann, wenn wir bestimmte Fachdaten benötigen, sie uns auch ziehen und holen. Aber erst dann, wenn wir einmal durch den Kernprozess gelaufen sind, durch die Prüfung und auch tatsächlich wissen, dass hier der Fall eingetreten ist. Denn ganz vorne im Input Management wissen wir natürlich noch gar nicht so ganz genau, welcher Tarif ist da versichert, welche Konstellation ist da eingetreten, muss ich da etwas prüfen und gewisse Informationen fehlen uns da dann einfach. Und genau da setzen wir hier an in unserem ersten Prototyp. Inhaltlich wollen wir Ihnen gar nicht groß erklären. Wir haben eine kleine Sequenz mitgebracht, um einfach mal zu zeigen oder was bildlich darzustellen, wie das funktioniert und was wir da haben. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Guck mal, spielt auch schon ab. Genau, wir haben einfach nur eine Datenbank simuliert, wo wir die bestehenden Daten aus dem Kernsystem, die wir geliefert bekommen, darstellen und letztendlich Prüfungsergebnisse erwarten. Hier steht das noch aus, indem unser KI-Modell letztendlich jetzt anlassbezogen ein Dokument auswertet, einen Überweisungsschein und Fachdaten extrahiert und nach den Regeln, die wir vorgeben, eben bewertet und ein Ergebnis widerspiegelt. Wir sehen hier schon, dass das sukzessive unter einer Sekunde vielleicht auch mal zwei Sekunden dauert, weil wir parallel neben Doc AI auch mit Vertex AI noch auf das Kernsystem zugreifen, eine Hinweis-Datenbank auswerten, wo individuelle Einträge unserer Mitarbeitenden stehen, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, was einfach unser Use Case ist. Da geht es am Ende darum, ob eine Überweisung zum Facharzt vorgelegen hat oder nicht. Nach und nach sehen wir hier, dass die Ergebnisse dann auch in unsere Datenbank geschrieben wird, die wir hier simuliert haben, um dann im Anschluss eben diese Ergebnisse auch zurückzuspiegeln an unser Kernsystem, damit dort die Weiterverarbeitung erfolgen kann. Und in unseren Fällen eigentlich immer eine Lösung da ist. Also wir können hier jeden Fall zu 100 Prozent lösen und diese Hinweismeldung eliminieren, sodass der Vorgang dann auch geschlossen werden kann. In unseren Spanix-Daten sieht man hier, dass wir hohe Confidence-Werte haben. Ich glaube, wir haben über 100 Testbelege oder Testfälle gehabt im ersten Prototypen, wo wir gute Erkennungsraten hatten. Natürlich haben wir auch andere Belege, die noch nicht ganz so schön aussehen, vielleicht wie dieser hier. Aber ja, gute Erkennungsquoten und ehrlicherweise das nach ziemlich kurzer Zeit. Also wir haben in wenigen Wochen diesen Prototyp schon vorliegen gehabt. Wir reden hier noch nicht über eine Anbindung an unser Kernsystem. Dafür müssen wir ein bisschen in der Infrastruktur noch arbeiten bei uns im Haus, dass das auch wirklich reibungslos funktioniert. Deswegen haben wir das alles nachgebaut und simuliert, um erstmal beweisen zu können, dass das eben ein Weg sein kann, wie wir künftig noch mehr auch in der Automatisierung durch KI lösen können. Ansonsten bleibt vielleicht noch dazu festzuhalten, habe ich eben schon gesagt, das ist ein Use Case gewesen, den wir in kurzer Zeit gemacht haben. Wir haben über 200 weitere Use Cases, die man mindestens unterstützen, wenn nicht sogar ganz lösen kann. Und wir glauben einfach, dass wir mit diesen Möglichkeiten, und Sie sehen das ja, das ist jetzt wirklich noch keine Raketenwissenschaft, trotzdem hilft es uns umso mehr, weil das einfach unsere Probleme sind, weil wir ganz am Anfang sind mit diesem Thema. Und ja, wir brauchen noch nicht das selbstfahrende Auto. Wir brauchen erstmal kleine Use Cases, die gelöst werden, damit wir da weiter vorankommen. Sie haben gemerkt, wir sind sehr businessgetrieben unterwegs. Das heißt, wir brauchen Antworten auf die Herausforderungen der Service-Situation. Wir brauchen Antworten, wie wir wieder in Regeltätigkeit bei uns kommen. Wir brauchen Antworten für die mangelnden Fachkräfte. Also so, wie es im Moment bei uns aussieht, so viele Menschen können wir gar nicht einstellen für die Zukunft. Und wir wissen, uns verlassen in nächster Zeit auch ganz viele Menschen. Das heißt, wir brauchen eine technische Antwort. Wir können aus unserer Business-Seite sagen, dass das für uns der Game-Changer ist, weil wir mit diesem Prototypen festgestellt haben, dass wir jeden einzelnen Ausstiegsgrund, den wir aktuell haben, mit diesem technischen Ansatz beheben können, dass wir unsere Automatisierungsquote so weit voranzreiben können, dass wir alle allgemeinen Geschäftsvorfälle auch wirklich automatisiert verarbeiten können. Wir haben jetzt allerdings eine Herausforderung, und das ist das, was Patrick auch gesagt hat. Wir haben im Versicherungsgeschäft ja auch nicht immer die Menschen, die Richtung Anschutz oder auch Compliance immer nach vorne gerichtet sind. Das heißt, wir müssen es im Haus integrieren. Und wir müssen es auch in unsere IT-Strategie einpacken, denn ob das der richtige Weg ist, das additiv so zu machen mit den alten Kernsystemen, das können wir im Moment noch nicht beantworten. Aber was wir beantworten können, ist, dass das eine Antwort auf unsere Business-Frage ist, nämlich dass wir die Service-Situation dadurch in den Griff bekommen können. Wir sagen vielen Dank und wir sind sehr gespannt, was andere Häuser oder auch die gesetzlichen Krankenversicherungen dazu sagen. Wir sagen, wir sind sehr gespannt,